Hallo alle miteinander, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt im Lesemonat November und haben jetzt Anschluss gefunden. Das heißt, im Dezember kommt ein November-Video. Ich bin wieder voll im Game. Ich bin im Zeitplan. Mal schauen, ob das Glück mir hold ist und ich das weiterhin so schaffe. Aber das Wichtige ist, dass es euch gefällt und ihr wieder einschaltet. Ich habe diesen Monat irgendwie ein ganz, ganz großes Learning gehabt für mich. Also ich habe festgestellt, dass irgendwie sich mein Lesegeschmack extrem geändert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass das, was ich gelesen habe, mir nicht zugesagt hat. Aber ich glaube, dass die Bücher mir noch vor zwei, drei Jahren gut gefallen hätten und mir jetzt aber irgendwie zu seicht sind. Ich habe das schon mal durchgemacht, dass ich so einen richtigen Sprung gemacht habe, dass mir einfach Bücher, die mir früher zugesagt haben, nicht mehr zugesagt haben. Aber ich dachte eigentlich, dass sich das in meinem Alter dann irgendwann nicht mehr so zeigt. Aber diesen Monat war es so und deswegen habe ich auch ordentlich Bücher abgebrochen, weil ich mir gedacht habe, nee, es ist einfach nicht mehr meins und deswegen quäle ich mich dann auch nicht durch irgendwelche Bücher, die mir überhaupt keine Freude oder Mehrwert bringen. Ich breche sie dann lieber ab und habe dann mehr Lesezeit für andere tolle Bücher. Und das erste Buch, mit dem wir anfangen, ist von einer Autorin, die hier hinter mir im Regal steht, die ich sehr geliebt habe. Und zwar spreche ich von Kelly Moran oder Kelly Moran. Die hat die Redwood-Reihe gemacht und die fand ich total schön. Da hat es mir gefallen, dass es nicht so viele Klischees gab. Das Setting von Redwood war total schön. Dieses kleine Örtchen und auch die Liebesbeziehungen, denen man gefolgt ist, waren irgendwie total nett. Jeder hat so seine Eigenheiten gehabt und der andere hat ihn so gelassen beziehungsweise dabei unterstützt, die Dinge zu tun, die er möchte. Und ja, in dem Buch war das ganz anders. Kissing in the Rain. Ich kann euch gar nicht viel davon erzählen, weil ich es eben schon nach, keine Ahnung, 80, 90 Seiten abgebrochen habe. Es ist voll von Klischees. Es geht dabei um Cameron, die eine große Familie hat und auf eine Hochzeit eingeladen ist. Der Freund macht Schluss und so muss der langjährige Kumpel herhalten und mit ihr auf die Hochzeit gehen. Und naja, die werden sich verlieben. Und es hat mir so überhaupt gar nichts gegeben. Deswegen möchte ich auch dem Buch nicht so viel Zeit einräumen und hier in dem Video lieber auf Bücher eingehen, die mir mehr Freude bereitet haben. Und manchmal ist es ja auch seltsam, dass man im tiefsten Winter Lust bekommt auf ein Sommerbuch. Also für mich auf jeden Fall. Andersrum ist es für mich nicht so seltsam, wenn ich im Sommer Bock habe auf ein totales Winterbuch. Aber im Winter auf ein Sommerbuch, naja, ich werde halt alt. Ich habe ein Buch gelesen, von dem ich schon einen Film gesehen habe. Der Film hat mir so, naja, gefallen. Das Buch hat mir tatsächlich besser gefallen. Aber es ist kein ganzes Highlight gewesen, weil auch aus dem Alter bin ich raus. Ich spreche von Chick, das ist definitiv ein Jugendroman. Hier begehen zwei mehr oder weniger dicke Freunde. Ein Roadtrip, besser gesagt, die beiden freunden sich auf den Roadtrip an und werden danach beste Freunde. Es geht hier um Mike Klingenberg. Er ist sehr privilegiert aufgewachsen. Seine Eltern haben ohne Ende Kohle. Großes Haus, ein Pool, eine Angestellte. Aber sonst fehlt es Mike eigentlich an allen. Vor allem an Eltern, die sich um ihn kümmern. Seine Mutter ist alkoholkrank und begibt sich mal wieder in eine Entzugsklinik. Und der Vater sieht es dann auch nicht ein, in den Sommerferien bei seinem Sohn zu bleiben, sondern fährt lieber mit seiner, was, Sekretärin oder mit seiner Assistentin in den Urlaub. Und Mike ist auch ein Einzelkind und deswegen sechs Wochen komplett allein. In der Schule hat er Chick schon kennengelernt, wobei kennengelernt eher das falsche Wort ist. Chick ist sehr verschlossen und heißt in Wirklichkeit Andrei Cipcianovic. Für uns Deutsche ein wirklich schwerer Name. Ich glaube, seine Familie kommt ursprünglich aus Russland und er ist einer der wenigen, der es bis an ein Gymnasium geschafft hat. Und in diesem Gymnasium, in dieser Klasse trifft er eben auf Mike. Obwohl man während des Unterrichts nie das Gefühl hatte, dass Chick sich mit Mike anfreunden möchte, findet doch in den Sommerferien eine Annäherung statt. Und ja, ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, dass Chick sich einen Wagen, ich nenne es mal, borgt und damit auf große Reise mit Mike durch Deutschland fährt und ja, vieles erlebt. Die Geschichte an sich habe ich sehr gemocht, weil beide so ungleich sind und irgendwie doch immer einen gemeinsamen Nenner finden oder den anderen dann aber auch so lassen, wie sie sind. Es kommt sprachlich immer wieder zu ein paar kniffligen Situationen, die aber auch mega unterhaltsam sind. Zum Thema Sprache muss man auf jeden Fall wissen, das Buch ist in einer sehr starken Jugendsprache geschrieben. Es ist alles aus Sicht von Mike erzählt. Und ja, so wie man sich vorstellt, dass Jugendliche untereinander sprechen, so denkt er eben auch. Und das wird in dem Buch auch so wiedergegeben. Das macht aber auch das Buch ein bisschen aus. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Ich konnte gestern leider nicht mein Video zu Ende drehen, da der Kleine beschlossen hat, den Mittagsschlaf etwas abzukürzen. Ja, deswegen ich heute im anderen Gewand, aber wir machen einfach beim Lesemonat weiter. Ich hatte euch ja gerade hier den Chick und Kissing in the Rain vorgestellt und dann machen wir einfach weiter. Und zwar habe ich gelesen, Weihnachten in der kleinen Bäckerei am Strand. Da gibt es mehrere Bände von. Ich habe einfach irgendeinen genommen. Ich fand da das Cover schön. Ich wollte was Weihnachtliches und Leichtes. Das spielt in Cornwall. Und ja, also leicht war die Literatur schon, aber, und jetzt sind wir wieder beim Thema, das ist mir einfach mittlerweile zu leicht, zu oberflächliche Lektüre. Und ja, man kann es lesen, aber für mich sind da mehr Fragen irgendwie gekommen, als ich dachte. Es geht nämlich um Polly, die eben diese kleine Bäckerei an Cornwalls Küste auf einer kleinen Insel betreibt. Ein wunderschönes Setting, das muss ich schon sagen. Aber sie betreibt eben eine kleine Bäckerei und ist scheinbar ständig in Geldnöten. Sie sagt, sie möchte ihre Produkte nicht zu teuer verkaufen, da dann die Einheimischen eben teuer Brot und so weiter kaufen müssen. Und den Touristen will sie es nicht teurer verkaufen, weil das dann unfair wäre. Sie kann natürlich nicht unterschiedliche Preise für unterschiedliche Kunden verlangen, was ich schon verstehe. Aber man könnte ja auch unter anderem Produkte, die die Touris gern haben, einfach ein bisschen teurer anbieten. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall lebt sie mit ihrem Freund Hackel in einem Leuchtturm, den sie gekauft hat, der natürlich auch dazu noch renovierungsbedürftig ist. Und ja, er ist Imker und verdient nicht viel. Ich denke mir immer, wenn man Imker ist, ist das denn ein Vollzeitjob? Also wenn man nicht viel verkauft, dann hat man doch vielleicht auch nicht zu viele Bienen, um die man sich kümmern muss. Weiß nicht, kennt ihr euch mit Imkerei aus? Ist das ein 40-Stunden-Job die Woche? Oder kann man da vielleicht noch einen Nebenjob annehmen, um die Frau etwas in der Bäckerei zu entlasten? Ja. Was hier hinten noch draufsteht ist, außerdem ist da noch die leidige Frage, wer die Bäckerei weiterführen darf. Diese Frage wurde weder in dem Buch gestellt, noch ist irgendwas damit beantwortet worden. Also von dem Thema habe ich in dem Buch nichts mitbekommen. Falls das schon mal jemand gelesen hat und ihr euch da besser auskennt, habe ich was überlesen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bin... Ich finde das aber so schön, auch mit diesem kleinen Papageientaucher. Das ist Neil, der wohnt bei Polly. Hat mich nicht besonders begeistert, das Buch. Und jetzt ein komplett gegenteiliges Buch. Statt einem viel gut Liebesroman, einen Krimi. Ja, ihr habt richtig gehört. Beziehungsweise sogar ein Thriller steht drauf. Gefühlt alle finden dieses Buch so toll, dass es damals durch die Medien gegangen ist. Ich glaube, so gut wie jeder meiner Freunde hat es gelesen. Aber obwohl ich überhaupt keine Thriller und Krimis mag, hatte ich da irgendwie ein bisschen wenig Thrill drin. Wovon ich rede? Simon Beckett und die Chemie des Todes. Das ist ja wirklich schon etwas alt, dieses Buch. Es ist wirklich nicht mein Genre. Und mit diesem Hintergrund erzähle ich euch, wie ich es fande. Aber lasst euch davon nicht abschrecken, weil wie gesagt, es ist eben nicht mein Genre. Und wenn es eures ist, könnte es euch natürlich trotzdem gefallen. Es geht um David Hunter. Das ist übrigens auch eine Reihe. Es gibt noch mehrere Bücher, die mit David Hunter erschienen sind. Es gab einen tragischen Schicksalsschlag bei ihm. Und deswegen hat er sich in ein kleines Dorf verzogen. Vorher war er forensischer Anthropologe und jetzt ist er der Haus- und Dorfarzt geworden. Der dortige Dorfarzt kann seinen Dienst nicht mehr komplett verrichten und benötigt Hilfe. Und deswegen hat David Hunter eben diese Stelle bekommen. Die Ärzte fanden sich sympathisch. Und ja, jetzt ist er eben in diesen kleinen Dörfchen und es finden Todesfälle statt. Sehr grausame Morde und der Täter hinterlässt auch immer sehr besondere Spuren. Und ja, die Polizei hat da in dem Kaff wohl noch nicht so viele Todesfälle bearbeitet. Er kommt eben zu den Leichen und kann dort anhand von zum Beispiel Insekten- bzw. Larvenentwicklung oder Verpuppung und so weiter erkennen, wie lange die Leiche schon tot ist und hat so ein paar mehr Tricks drauf, um der Polizei unter die Arme zu greifen. Wie zum Beispiel auch, wenn Gliedmaßen abgetrennt sind, ob das mit welchem Werkzeug das vollzogen wurde. Also eben solche Dinge hilft eher der Polizei und ja, ich sag's mal, der Fall wird am Schluss gelöst. Und mich hat es nicht besonders in den Bann gezogen, aber jetzt habe ich auch meinen Simon Beckett auf jeden Fall gelesen und kann da mitreden. So, dann haben wir noch zwei Bücher. Ein echtes Highlight und ein abgebrochenes Buch. Ich fange mal mit dem abgebrochenen Buch an. Das war ein Buch aus meiner Lese-Challenge. 22 Bücher für das Jahr 22. Ich habe herausgefunden, dass es eine abgefahrene Verfilmung davon in den, ich weiß jetzt nicht, 70er oder ich denke eher 80ern gab mit Tom Hanks. Die schaut so skurril aus, die muss ich unbedingt mir noch anschauen. Aktuell ist es jetzt leider auf kein Streaming-Portal zur Verfügung, aber ich bin mir sicher, der Film scheint ein richtiger Klassiker zu sein zumindest, was ich in den Kommentaren gelesen habe und er ist auch gar nicht so schlecht bewertet. Möchte ich unbedingt noch lesen, aber mit dem Buch bin ich überhaupt nicht warm geworden. Ich spreche hier von Tom Wolffs Wegefeuer der Eitelkeiten. Grundsätzlich habe ich hier in dem Buch schon ein Problem mit dem Satz gehabt. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann. Es ist unglaublich viel Text in diesem großen formatigen Buch. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal den Simon Bäcker, da ist ein schlechtes Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel mal die Bäckerei hier hinhält, dann sieht man gleich, dass das um einiges größer ist, das Format. Und es ist sehr eng bedruckt, der Zeilenabstand ist sehr, sehr eng. Und deswegen hatte ich das Gefühl, im Buch überhaupt nicht voranzukommen, obwohl ich viel Lesezeit drauf verwendet habe. Also ich habe ungefähr bis Seite 80 gelesen. Das Buch hat 800 Seiten, also ich habe 10% davon gelesen, habe wirklich lange schon an dem Buch gesessen. Zusätzlich hatte ich auch noch das Problem, dass ich überhaupt nicht in die Sprache reingekommen bin, in den Sprachfluss. Und ja, ich habe es abgebrochen. In jedem einzelnen Kapitel, zumindest soweit ich gelesen habe, ging es um verschiedene Männer. Alle leben in New York. Und ja, ich habe von einem Bürgermeister gelesen, ich habe von einem Anwalt gelesen, von einem Journalisten und von einem Börsenmakler. Alle waren mir extrem unsympathisch. Alles waren Männer, der, ich sage mal, 70er, 80er Jahre, denen Erfolg alles ist und Erfolg und macht. Es soll wohl eher als Parodie gedacht sein von Tom Wolfe. Eben eine Überspitzung dieses Machthungers und dieses Erfolgs. Und ja, irgendwie dachte ich, dass es mehr mein Thema ist. Aber es ist alles sehr, wie soll ich sagen, sehr maskulin. Und es scheinen wohl alle Geschichten, alle Männer früher oder später zusammenzuführen. Also der Erfolgreichste von ihnen, der Börsenmakler, beginnt einen Autounfall und ich glaube auch Fahrerflucht. Und daraufhin gibt es natürlich den Bezirksanwalt, der dann in das Gerichtsverfahren eingreift. Und der Journalist, der alles aufdeckt, wie der Bürgermeister da jetzt mit drinsteckt, kann ich nicht sagen. So weit bin ich nicht gekommen. Aber es fällt mir eben auch schwer, viel über das Buch zu sagen, weil ich nur 10% gelesen habe. Was ich aber zum Schluss noch definitiv positiv anmerken muss, dass der Autor einen sehr interessanten Schreibstil hat. Denn er hat jeden Charakter einen eigenen Stil verpasst. Also man kann wirklich anhand des Schreibstils erkennen, in welchem Charakter man sich da gerade aufhält. Ob einer eher aus dem Bauch heraus handelt, sehr verkopft ist oder eben einen Slang mit drin hat, der amerikanische oder New Yorker. Aber Slang macht da wohl sehr viel aus, was man jetzt vielleicht in der deutschen Übersetzung gar nicht so verstehen kann. Es wird viel dieses Slangs erklärt. Ja, hat mich aber überhaupt nicht getroffen. Es hat sich super interessant angehört. Und ich habe dieses Buch wirklich Jahre auf meinem Sub gehabt. Ich habe es nie aussortiert, weil eben das Thema so interessant klagt. Aber leider konnte es mich halt einfach nicht überzeugen. Und wie schon angekündigt, kommen wir jetzt zu einem echten Highlight. Es hat mich ganz unerwartet getroffen. Und es ist auf seine Weise sehr besonders. Es ist schon fast eher als Sachbuch zu sehen, beziehungsweise als Reisebericht und weniger als Roman. Und zwar der Schneeleopard von Silvia Tesson. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Er ist zusammen mit einem sehr bekannten Tierfotograf nach Tibet gefahren, um einen Schneeleoparden zu fotografieren. Auch hier hoffe ich, dass ich ihn richtig ausspreche. Und zwar geht es um den Tierfotograf Vincent Monnier. Die beiden machen sich mit zwei anderen auf den Weg in die eisige Kälte. Und dieses Buch besticht vor allem dadurch, dass es sehr philosophisch ist und den Schnee, die Kälte und die wunderschöne Umgebung um Tibet herum wunderbar beschreibt. Sie versuchen eben, diesen Schneeleopard vor die Linse zu bekommen, was aber gar nicht so einfach ist. Leider gibt es nur noch ca. 5000 Tiere von dieser wunderschönen Art. Und die gibt es auch nur noch, weil sie sich sehr gut versteckt haben und an sehr, sehr abgelegenen Orten sind. Mich hat dieses Buch begeistert. Die Kapitel sind kurz, die Landschaftsbeschreibungen sind wunderschön. Und dieses Buch reißt ganz viele philosophische Grundsätze an. Es führt ein sehr gut vor Augen, wie grausam und wie unnötig wir Menschen tagtäglich handeln, wie selbstsüchtig wir sind und wie sehr wir uns und vor allem unsere Natur und Umwelt jeden Tag in Gefahr bringen. Es werden immer wieder Philosophen, Dichter, Autoren aus allen Ländern, aus allen Jahrhunderten zitiert. Und es gibt wunderbar viele Denkanstöße. Natürlich ist das Buch sehr dünn, wie gesagt, die Kapitel kurz und es ist kein Buch, das in die Tiefe geht. Ich kann es so fühlen, wie dieser Autor tagelang, nächtelang, wochenlang in dieser Kälte gesessen hat und sich Gedanken über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes gemacht hat, es aufgeschrieben hat und uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Ja, große Liebe von mir, wer Lust hat auf ein bisschen Nachdenken, ein bisschen Entspannen und ein bisschen Schnee. Jetzt um die kalte Jahreszeit ist es perfekt. Es ist auch kein Weihnachtsbuch. Man kann es super Januar, Februar lesen. Und ich habe es einfach genossen und geliebt und es wird definitiv in meine Jahreshighlights einziehen. Und das war es auch schon wieder. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr schon eins dieser Bücher gelesen habt oder mir auf meine zahllosen Fragen antworten könnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.